Einmal, einmal im Leben so eine teure Tasche berühren zu dürfen, das ist mein Traum, das habe ich mir schon immer gewünscht, eine Uli Knecht, Einkaufstüte, die riecht auch schon ganz anders, wie so ein Aldi Guck. Uli Knecht, Mann, da fühlt man sich schon so ganz, so wie was Besseres quasi, Uli Knecht, Mensch hier, Stuttgart, Köln, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, was steht da, Berlin, Mensch da gibt es den überall, der Uli, das ist ein Knecht. Mensch, schon was anders, wie so ein Hennesser Mauritz Plastik Guck, ein Henkel, du, der ist aus echter Schafswolle, der Uli Knecht, du, ist denn da drin, du?